Hallo und willkommen zu Kein Ding Sprachkursen. Hallo und willkommen zu Kein Ding Language Courses. Es ist sehr einfach, eine andere Sprache zu lernen. Es ist sehr einfach, Ihre Englischkenntnis zu verbessern. Es ist sehr einfach, Ihre Englischkenntnis zu verbessern. Es ist sehr einfach, Ihre Englischkenntnis zu verbessern. Oder natürlich auch der deutschen Sprache. Oder auch der deutschen Sprache. Praxis macht den Meister. Praxis macht Mastery. Und das ist das Geheimnis. Und das ist das Geheimnis. Das ist, worauf ich mich hier mit Ihnen konzentriere. Das ist die Praxis. Das ist, worauf ich mich hier mit Ihnen konzentriere. Das ist, worauf ich mich hier mit Ihnen konzentriere, ist die Praxis. In den vier Grundbereichen, in den vier Hauptbereichen. Sprechen, Speaking, Zuhören, oder Hören, Listening, Lesen, Reading und Schreiben, Writing. Durch die Praxis in diesen vier Bereichen können Sie Ihre Kenntnisse, Ihre Sprachkenntnisse, je nach nur kurzer Zeit, verbessern. As you practice in those four main areas, you can improve your knowledge, your language knowledge, in only a short amount of time. Sehen Sie sich bitte mal die Webseite an, die ja auch zweisprachig ist, Englisch und Deutsch. Please take a look at the website, which is bilingual in German and in English. Dadurch können Sie den Zusammenhang zwischen der deutschen und der englischen Sprache erkennen. So this, you can see the connection between the German and the English language. So mehr Sie sich damit vertraut machen, the more you become familiar with that, desto einfacher wird es für Sie. The easier it will be for you. Wie Sie das machen können, würde ich Ihnen gerne zeigen. Das ist meine Aufgabe hier als Sprachlehrer. How you can do that, I would very much like to show you. This is my purpose here as language teacher. Es ist wirklich kein Ding und das würde ich Ihnen gerne zeigen. It's really no thing and I would really like to show you how to do that.